In gut zwei Wochen, am 22. September, wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt. Die AfD legt einer Umfrage zufolge noch einmal in der Werder Gunst zu. In der Erhebung von Infratest-DiMAP für den Sender rbb liegt die Alternative für Deutschland mit 27 Prozent auf Platz 1 vor der regierenden SPD von Ministerpräsident Dietmar Woidke. Das ist ein Plus von 4 Prozentpunkten im Vergleich zur Vorgängerumfrage vom Juli. Die SPD legt ebenfalls um 4 Prozentpunkte zu. Sie kommt nunmehr auf 23 Prozent. Danach folgt die CDU mit leichtem Verlust. Rang 4 erreicht mit 15 Prozent das Bündnis Sarah Wagenknecht. Es büßt einen Prozentpunkt ein, genauso wie die CDU. Zwei Punkte verlieren die Grünen. Sie müssen mit 5 Prozent um den Wiedereinzug in das Parlament bangen. Die Linke und die Freien Wähler würden aus dem Potsdamer Landtag ausscheiden. Derzeit regiert in Brandenburg ein Bündnis aus SPD, CDU und Grünen. Nach der neuen Umfrage hätte es weiter eine Mehrheit, unter der Voraussetzung, dass die Grünen den Wiedereinzug schaffen. Da alle anderen Parteien eine Zusammenarbeit mit der AfD ausschließen, käme ansonsten das BSW ins Spiel. Ministerpräsident Woidke lehnt eine Koalition mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht indes ab. Woidke hat für den Fall, dass die SPD erstmals seit 1990 nicht auf den ersten Platz kommen sollte, seinen Rückzug angekündigt.